Nein, das war nur. Oder sollen wir in Patricks Wohnung gehen und ihm alles unterm Hintern wegklauen, was er hat? Ja, das ist auch so. Wie geht es? Wie geht es? Ja, so eine Spur brauchen wir ja auch noch, Jungs. Bitte, oder? Ist schon gut. Ich habe dir nichts gesagt, oder? Hast du etwas gesehen? Nein, jetzt musst du aber schnell warten. Das ist jetzt ein bisschen rein. Nein, hinterher. Nein, der kommt in Vollgas einfach durch. Mein Sehscheiß, egal. Nein, der hinterher meinte, weil er die Führung gelohnt hat. Ja, die sind abgefahren. Man kann doch hier unten durch. Ich weiss nicht, aber da gibt es wohl einen Schreck. Dann gehe ich weiter runter. Das war nicht so eine Lösung. Ich fahre wieder auf. Ich mache dir nichts, das passiert ja nicht. Ich bleibe einfach hier unten mal schnell. Aha. Ich gehe gerade wieder hoch. Ich gehe nicht hoch. Da kann ich nicht hoch. Ja, finde ich. Und dann kommt einer. Ja. Ich gehe ohnehin. Ich gehe auf. Und dann muss ich einfach blinken. Okay, Garmin. Ja, wo ist das? Ja, nein, ja, der Bus kommt auch noch, jetzt wird er, aber das machen wir dann. Man muss wieder hinten rein. Ich weiss, aber du weisst, er macht das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit. Okay, Garmin. Dann können wir jetzt auch wieder auf alle Seiten. Hier ist eine gute Strecke zu überholen, oder? Ein bisschen mässig. Ja, sie ist gerade zu klein. Ich habe nicht so ganz in die Aussage gecheckt, wo er sagt, weil sie so schwer sind, müssen sie nicht ablassen. Ich habe das Gefühl, wir müssen sie ja hinten ablassen, wenn wir schwer sind. Dann ist es ein bisschen mehr reingedruckt. Und wenn es dann das Ende ist, will wir dann... Nein, hier haben sie auch. Nein, wirklich. Scheisse, du bist zu schnell jetzt in der Höhe. Ich weiss nicht. Hast du das Gefühl, gar nicht? Das ist dort nicht schon 40. Was müssen wir warten? Ah, halten. Weiss nicht. This side! This side! Okay. Weiss nicht. Weiss nicht. Ist das jetzt schon 40 oder was? Ich bin ja 40 gefahren. Nein, von der Höhe. Du hast extrem viel runterbremsen. Du bist schon ein bisschen schneller gewesen. Und was ist jetzt? Weiss nicht. Weiss nicht. Hallo! Guten Morgen! Guten Morgen! How are you? So, this is a 49. Yes. So, you were at 49? No. I can show you we didn't have 49. We tracked us. We were 40. After the bumps. After the bumps. You increase. You just have started. Okay, Garmin. Video speichern. Und jetzt müssen wir alles rausnehmen und zeigen. Er soll es uns zuerst zeigen. Show us, please, the video from you. This machine is calibrated. What is it? It is calibrated. Okay, but then you don't have a... How can you say we get 49? When you don't show it to us. We are not saying we don't want to show it to you. But? We are saying this thing is calibrated and we can show it. Yes, that's okay. But I got on my... So, you are seeing your jilt up, put you at what? I got on my system 40. I got on my system 40. I got on Garmin 40. You know, even if we would drive faster than 40 with our heavy car over these bumps. Yes, it would fall. It would fall. Okay, the... As you are coming, you know, that way. You were... Dero. You were... Yeah, I was 30. I was in the city. I was close to 20 or 30. Yes. Yes. So, when you started? Yes. Just after those... Bumps? Bumps. You started that, Saradot, you just... Juhu! Yeah! Okay, mate, go! Okay, mate, go! Sie hat es probiert, oder? Ja, dann hat er mit dieser Garmin gerechnet. Und wenn sie was für dieses Teil aus hat, sagt es. Deine Untertitelung des ZDF, 2020